Bruder zum Beispiel, den man sieht, der ist gläubig, wenn der dich an Allah erinnert. Du siehst ihn, du siehst ihn und er erinnert dich an Allah. Das ist ein gläubiger Bruder. Das geht dann so weit, dass eben Sayyidina Ali, wenn Sayyidina Ali anschaut, das ist Ibadah. Das Gesicht von Sayyidina Ali anzuschauen, ist Ibadah. Natürlich das Gesicht von Sayyidina Ali anzuschauen, ist Ibadah. Das Gesicht von seinem Scheich anzuschauen, ist immer Ibadah. Immer Ibadah. Mehr als sein Gebet, Ibadah. Du bist näher. Du bist näher. Es gibt dir Nähe. Es geht um die Nähe. Und um die Wachsamkeit. Wenn wir schlafen, ist Schlaf. Da ist nichts. Da ist Schlaf. Dunkelheit. Da ist nichts. Und dieser Dunkelheit ist ein gefährlicher Zustand, weil da kann alles passieren. Da passiert auch alles. Da passiert alles. Schätan hat Zugang, freien Zugang. Naps macht was es will. Schätan macht was, 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 wo ist was. Und dann passiert alles, was passiert. Der Wahnsinn. Der reine Wahnsinn. Der Weltwahnsinn. Der reine Wahnsinn. Es ist nur Wahnsinn. Es gibt kein Glauben mehr nirgendwo. Keiner spricht mehr von Gott. Oder glaubt an Gott. Oder irgendwas. Dann gibt es noch Institutionen, gibt es noch Kirchen, gibt es noch diesen, gibt es noch das. Dann gibt es nur Streit. Die meisten haben überhaupt nichts mehr damit zu tun. Geht keine, keine, Christentum ist auch verloren. Judentum ist verloren. Und keine Power mehr, nichts mehr. Hier, alles aufgeweicht. Einzige, der noch Klartext sprechen kann, überhaupt, wenn er dann, kann er auch nicht mehr, aber es steht, man kann es noch finden in den Büchern des Islam, Alhamdulillah, der Einzige, der über die Wahrheit gesprochen hat, aus dem ich kenne, das war Maulana Scheich. Auch noch mal andere Scheichs, seine, die er zu Scheichs gemacht hat, die, die Scheichs, einige Meister gibt es, die die Wahrheit sprechen, aber nicht so wie Maulana natürlich. Ja, Maulana hat, er halt, ist halt was anderes. Ist halt ganz was anderes. Wenn er gesprochen hat, dann hat er auf so viele Ebenen gesprochen, dass auch alle Jinn und alle Engel mitgehört haben und anwesend, das ist was ganz anderes. Wenn er gesprochen hat, dann hat er damit die Welt gereinigt und die unsichtbare Welt, das Reingang in die unsichtbare Welt, das ist was ganz anderes. Ja, das sind, das wissen wir nicht, das ist Geheimnis. Und so hat es ganz anders. Wenn da- da ist niemand der Wahrheit über die Wahrheit kommen. Jetzt. You see? Denn da ist alles eine Geilheit, jetzt eine Geilheit, also ein Geilheit. Und du also vasst, es wird auch heute nicht mehr vermerkt. Suicite ist es weiterverkirchen, Geilheit ist es weiterverkirchen. Krankheit ist es weiterverkirchen. Mentor, technique, everything this is all getting worse because the whole thing is getting worse people they have no there is nothing they are running around with no, with nothing only with this material and shaitan does with them what he likes as he is playing with them as he likes everyone even in religion you cannot find anything anyone only one I know was he was speaking truth and always and clear no compromise and some sheikhs he was the teacher of them he was now I say he made he made he he made tarbiyah he made tarbiyah with them they became sheikh some of them they are also speaking but not like Molana Molana he is always speaking the truth he has no fear from anyone in Turkey he said to them come with your military come because he said the truth to them on the television what are you saying why are you asking me these funny questions you don't want sharia you don't want sharia shut up what you want he said bring your military come come we look and this is only Molana he can say this and when he speaks he speaks differently he speaks on different levels at the same time there is some audience maybe listening but there is other listeners from jinn and angels and people who are in the akhira living who died passed away in the akhira and others they may listen who have that stage in the barzakh they also listen so when he speaks he is with his speaking he is cleaning he is still cleaning in the akhira or something yeah when he speaks about someone who died and pointing on one narcus pointing on one point that one was not okay when he was in dunya he is cleaning he speaks and he is cleaning in the akhira and he gets cleaned he gets elevated that is moranas wonder and and geerbt from rasul sallallahu allah when he spoke he spoke to the samad die vorigen war den menschen aber eben auch zu gengeln und zu den erraten die in balzakh schon sind inzwischen die gestorben sind hat ihn erreicht deswegen hat sein wort ist nicht nur ein wort sondern ist eine reinigung eine kraft eine aktion sein wort gleichzeitig eine aktion eine aktion der reinigung so wie er jemand reinigen kann oder was wegnehmen kann aus den herzen der anwesenden so sind auch die anwesenden die die höheren dürfen aus dem ball sagt sie dürfen hören hat der prophet gesagt er hat gesprochen mit dem märtyrern ein riesen langes buch gemacht für die märtyrern hat die angesprochen und er war so traurig und er hat die angesprochen und hat sie getröstet und für die gebetet und dann haben die gefährlich gesagt ja also die können ich doch gar nicht hören da hat er gesagt die hören die hören mich besser als ihr besser als ihr die werden besser als ihr so ist es auch beim tschech da gibt es leute die hören ihn besser als die und die werden gereinigt die werden gereinigt als irgendwas eine korrektur eine vervollkommnung findet dadurch statt er sagt über einen menschen das und das und dadurch korrigiert er den noch korrigiert und erhöht seine stufe und vervollkommnet seine stufe meister sind und die happiness may he take it away and give us some power some strength some light you know to be to be to find the happiness of islam happiness of beauty the happiness of the shame beauty of the shame is beautiful is beautiful is beautiful gives you beauty gives you beauty gives you beauty when you say what is everything good you say beauty you say beauty will be baby look beautiful be beautiful be beautiful don't be ugly the honor and the one who listens if you can listen with his heart get beautiful In that moment, in that moment, maybe he was busy with some ugly thing, let's say, or with some difficulty. In that moment, he gets beautiful. Be beautiful, don't be ugly. Yes, and he was asking to take away our burdens. He has a burden. It's not from him. He was the burden he took on his shoulders, we don't know. We have no imagination. We know. I'm apologizing, and I'm apologizing to our shaykh, also, that I know what he took, what he's carrying from me. Yes? What he carried from me, some of it I know. But I'm not the only... One hundred thousand murids or more, everyone. And then it's only not one hundred murids, it's all the human beings going to a state. And he takes... He took... ...on his shoulders. What the shaykh has been carried on, can we not imagine. It's not imaginable. Everyone can think, when he sees something, what the shaykh has taken from him. They have taken from him. We have to take... And remember, what he ever still takes... What we have ever seen, we have to take... ...and to make a testimony. And to make some sense. And then you say... ...it's not necessary. But it's not... It's just so. And then you can think about how many people... He's directly responsible. He's directly responsible. And finally, he's the entire human being. Aber entsprechend seiner geistigen Stellung, dann trägt er alles. Und er nimmt es uns weg, was wir tragen. Was wir tragen, kann er uns weg. Und es ist leicht für ihn. Es ist nicht schwer. Er kann für uns es leicht wegnehmen. Es braucht genau, ich sagte, was es braucht, einen Atemzug. Einmal genug. Das ist genug. Er hat die Intention, die von uns auszutauschen, die Hörigkeit und die schätanischen Trap. Es ist eine Trap. Es ist eine Kurs. Er macht eine Kurs. Es ist wie ein Fluch. Es ist wie eine Art Fluch. Es ist eine Kurs. Es ist ein Trick und ein Trap von Schätan. Und du bist in es, und du kannst nicht move. Es ist eine Art Fluch. 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 Es hat einen Teil seiner Seele hier gelassen. Wenn wir sagen, er hat etwas vererbt, dann musst du das auch so sehen. Wenn du etwas vererbst, dann hinterlässt du da irgendwas, oder? Ein Haus, oder ein Garten, oder irgendwas, oder Schulden, zum Beispiel. Du hinterlässt etwas, was man anfassen kann. Und er hat auch gesagt, er vererbt etwas, und die Erben, seine Erben, die haben etwas geerbt, etwas Konkretes geerbt, von ihm. Und manche sagen, und haben das so ausgedrückt, eben, dass es ein Teil seiner Seele ist. Und die ist eben hier. Die ist nicht weggenommen. Die ist nicht weggenommen. Ja, und die arbeitet in den Erben weiter. Wir müssen unseren Glauben vergrößern. Wir sind hier, um unseren Glauben zu vergrößern. Nur ein Grund, hier zu sein, auf diesem Planeten, ist, den Glauben zu vergrößern. Es ist nur eine Grund, dass wir hier, auf diesem Glauben, auf diesem gewissen Ort, auf diesem wo sie sein, um meinen Haus, auf diesem Glauben, um meinen Weiblichen Haus zu vergrößern. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, wir sehen, ein Tag, ja, ja, ja. Wir sehen, dass wir in eine sehr strange Place sind. Wir sind in eine sehr strange Place. Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen die, oder, ich sage, einen sehr verehrten Mann, oder, ich sage, ein sehr verehrter Mann, es war, ich kann auch sagen, sein Name, Mohammed Amin Bargoy. when he was passing away i had the luck to visit him just before also in the hospital and he said he was a real from dachstan where he was he was dying in the hospital Wir besuchten ihn, und dann sagte er, er war bereits ein paar Worte, und er sagte, wo wir landen, wo wir landen, wo wir landen. Er sah diese Worte und diese Worte, und es war sehr strange, wo wir landen. Er sah bereits, dass er ein komplett stranger war. Und diese Worte war so strange, und er war bereits nach Hause, smelling die Worte. Er sagte, wo wir landen? Er konnte nicht glauben, wo wir landen. Der belieber ist a stranger. Always. Ein Gläubiger ist immer ein Fremder, wird immer ein Fremder sein. Bist immer ein Fremder. Deswegen wundere dich nicht. Wundere dich nicht, dass die Leute dich komisch angucken, weil du einen Torwart an hast. Oder weil du einen Testbit in der Hand hast. Oder weil du einfach diese Aussage hast, mit der sich nichts anfangen kann. Du wirst ein Fremder. Du gehörst hier nicht zu dem hier. Du gehörst hier gar nicht hin. Hier gehörst du gar nicht hin. Du gehörst dahin. Nach Hause. Deswegen gucken die alle so blöd dich an. Du wunderst dich. Das kommt mir alles so fremd vor hier. Du sagst, das sind alles Fremde. Nee, nee. Du bist der Fremde. Du bist der Fremde, ja. Wir haben dann gesagt, ja, in Deutschland ist klar, wir sind jetzt die Komiker hier. Haben uns andere Sachen angezogen. Haben Islam angenommen. Wir sind alle Freunde mit einem Mal verloren. Wir waren damals, 1975. Alle weg. Mit einem Schlag. Nichts mehr. Geredet. Alle Kumpel weg. Jetzt waren wir ins Heilige Land nach Saudi-Arabien. Ausgewandert auch. Alle Kleider in den Mülleimer geschmissen. In Frankfurt in den Mülleimer. Auf dem Flughafen. Und dann rein ins Flugzeug. Und dann haben die Saudis das genauso blöde angeguckt. Wir haben uns immer nicht nach Hause gekommen. Dann waren wir genauso fremd. Dann waren wir genauso fremd. Diese komischen Tüten. Was sind das denn? Vielleicht Spione. Die haben uns völlig bescheuert angekommen. Aus Deutschland. Und dann nicht mit einem Samsoniten-Koffer. Mit Schlips und Kragen. Mit so einem Ding. Und auch so unordentlich alles. Und so wilde Tüten. Was sind das denn für Tüten? Das ist ein Deutscher sein. Kann nicht sein. Aber die haben uns nun mal ein Stipendium gegeben. Jemanden sind gut bezahlt, Alarmbriller. Und das war okay. Aber wir haben uns nirgendwo zu Hause geführt. Dann in Damaskus haben wir uns zu Hause geführt. Wir haben uns nie zu Hause gefühlt. Denn ein Glauben kann hier nicht zu Hause fühlen. Das ist unmöglich. Wir können nach Karlsruhe, Sötenich, Schleiden, Bayern, oder Nord, South, East. Ihr werdet nicht zu Hause finden. Mein Haus ist mein Kastel. Nein, nein. Ein Glauben kann nicht. Er fühlt sich nicht zu Hause fühlen. Er fühlt sich zu Hause fühlen. Er fühlt sich zu Hause fühlen. Er ist ein Übriger. Du kommst als ein Übriger, du kommst als ein Übriger. Wenn du gehst, gehst du nach Hause. Ich bin nach Hause zwei Mal in meinem Leben. drei Mal in meinem Leben. drei Mal in meinem Leben. Einmal, wenn ich nach Mecca kam, in 1978. Und in der Nacht kam, wir kamen, wir kamen, wir kamen, wir kamen Medina. Einmal. Und da war alles geschlossen. Die Saudis, MashaAllah, sie geschlossen die Mosch. Sie geschlossen. MashaAllah. Und wir konnten nicht sagen, die Gishalams. Die Propheten. Aber da ist eine kleine Fenster. Es ist auch geschlossen. Es war in der Zeit, es war ört. Wenn es geschlossen ist, da war eine kleine Fenster. Du kannst von dieser Fenster grünen, den Propheten grünen. Da gab es eine Fenster. Eine Außenmauer. Die Außenmauer. Vor dem Propheten praktisch. Da war ein Fenster. Damals, das gibt es nicht mehr jetzt alles. Und da konnte es tun, wenn die Moschee zu war, salams gehen. We found that window, that small window, and we gave salams. And you can take your head, kind of, half of it inside, you know, inside that window. A little bit, you know. And then we said, as you come home, from far away, you come home, you reach home. And you didn't know, how far away you had been. Du fühlst dich zu Hause praktisch. Sagst der Rasulah, und er zeigt dir, dass du zu Hause angekommen bist. Von weit her. Das war einmal. Dann, in Damaskus, zwei Aspekte. Einmal die Erde von Damaskus. Mit der Erde von Damaskus hast du was zu tun. Das ist Heimatland. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Ist einfach so. Die Erde von Damaskus ist Heimatland. Ich weiß nicht warum. Das war aber so. Und zweitens Moana natürlich. Bei Moana einfach zu sitzen, da warst du auch zu Hause. Da warst du einfach zu Hause. Die zwei Aspekte. Die anderen zwei Aspekte waren in Damaskus. Und wir kamen in 1979. Und dort wir finden, oder du kannst finden, dass du bist mit der Erde mit der Erde von Damaskus. Mit dem Lehm von Damaskus. Mit dem Boden von Damaskus. Dieses rötliche Lehm. Das ist Lehm. Das ist Lehm. Das ist rötliche Lehm. Das ist Turab. Turab von Scham. Das ist mit dir. Das ist unser Haus. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Aber es war eine Erfahrung. Es war eine Erfahrung. Es war eine Erfahrung. Und dann, der dritte Aspekt ist Moana himself. Es war in der Presence von Moana. Es war auch Home. Es war Home. Das ist Home. Das macht dich Home. Das ist Dunya. Dunya ist ein Leichnam. Dunya ist ein Leichnam. Was hast du damit zu tun? Oder? Alle sind die Geier nach diesem Leichnam. Es ist ein Leichnam. Es ist nichts Reales oder irgendwas. Es ist ein Leichnam. Und die töten sich für diesen Leichnam. Du musst dir vorstellen. Die töten sich für den Leichnam. Betrügen sich für den Leichnam. Für den Dreck. Für den Kadaver. Sagt man Kadaver. Jetzt. Tochter? Die Kadaver. Oder in der losten Wam? Bush. Das Klem ist ein Leichnam. � Die Morits von diesen Kadawa sind Hunde. And there, the whole trouble is about nothing, it's so mad, it's so mad, that you almost you cannot understand, it's so absurd, Es ist so absurd, es ist so wahnsinnig, es ist so absurd, dass du es eigentlich kaum verstehen kannst. Es kommt zu verstehen. Um was Menschen sich töten, für was die Grausamkeiten gegeneinander sich antun, worum es da geht. Und zur selben Zeit könnten sie Könige sein, oder? Könige, glückliche Könige, strahlende Könige, strahlende, glückselige, strahlende Wesen könnten sie sein. Die überall Glück verteilen, Glück empfangen und Glück geben, könnten sie sein. Mit Allah subhanauta. Allah hat uns dafür erschaffen. Dafür, für diese wunderbaren, für diese Wunder, die Menschen sind so wunderbare Geschöpfe, die Westen von allen. Es könnte ein Paradies sein auf Erden. Und es ist das Absurde. Nur Mord und Totschlag. Für nichts. Für nichts. Sag nicht, ja, das kann man verstehen. Ja, das kann man. Nee, nee, nee. Nee. Im Angesicht der Wahrheit kannst du es nicht, es ist nur der reine Wahnsinn. Nichts anderes. Absolut absurd. Mit nichts zu rechtfertigen, gar nichts, überhaupt nichts. Das ist Dunja. Dunja und Shetan. Der das schafft, die Menschen zum Leiden. Sie leiden, 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 leiden und noch tiefer und noch tiefer. Shetan ist busy, dass die Menschen, die are suffering, 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 more and more suffering. Für was? Für nichts. Nur weil er schreit. Shetan ist schreit. Das ist alles. Und auch, er hat keinen Vorteil von dem, in der Ende, weil ich liebe es. Also, er sagt, ich gebe dir die Zeit, wenn ich sage, ich sage, ich gebe, was ich möchte. Es ist ein Test. Vielleicht wachst du dich. In Shetan, wir wachst du dich. You have to wake up to be ... Don't give a millimeter to ... To ... Jifa time. To that. Give us a millimeter to this. Das ist perfekt. Wenn du es tun musst, ist es mit zwei Fingern, wenn du es brauchst, und so schnell wie möglich, es geht. Wir müssen etwas machen. Risk, und so weiter und so weiter. Wir wissen das, aber du musst wissen, was es passiert. Es geht mit zwei Fingern und schnell wie möglich, es geht. Und das ist das Nonsens. Es ist nur Nonsens. Es geht mit mir. Und der Scheich kann uns helfen in Schall, zu öffnen unsere Augen und unsere Augen in Schallam, zu machen, dass er die Augen in Schallamme und unsere Augen in Schallamme dass er sich öffnet. Be mit ihm, und da mit ihm und wie viel, wie viel, mit ihm und mit ihm. Denn Allah sagt, ich schaue meine Freundin, er ist beschäftigt mit seiner Tongue, mit seiner Tongue und ohne Tongue in seiner Hand. Ich schaue ihn, wenn er es macht, ich mag ihn, ich bin mit ihm. Er sagt, la ilaha illallah, immer mit seiner Tongue und auch in seiner Hand, ich bin mit ihm. Das ist warum der Prophet sagt, ich mache es immer. Ich mache es immer. La ilaha illallah, es ist nichts, aber Allah. MashaAllah, es ist gut news, sehr gut news. Great news. MashaAllah. Great news. Allahu Akbar, wa lillahi l-hamd. MashaAllah. 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 How he was and how he is. And he is giving, he is giving. That is the greatest service. MashaAllah. 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 Mentioning his name. There will be enough also. Because you want more. Inshallah. We want more. We are not stopping. Inshallah. We want more. We want happiness for everyone. Inshallah. For everyone. Wish happiness for everyone. Your brothers, your sisters. We must wish happiness. Don't be satisfied with his sadness. You are not born to be sad. Or afraid. Or anxious. No. You are born to be a hero. You are born to be happy. A hero. Don't be afraid of anything. Bismillah. Say bismillah. Say bismillah ar-hamurāhim. Wykorkma. There bismillah ar-hamurāhim. Wykorkma. There bismillah ar-hamurāhim. How the whole world was doing this and making it. Es ist schön, aber es ist noch schön, und es funktioniert. Every lesson, all the books from Marana, all of them, all the Sohbhats, there are 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 Sohbhats, all of them, every word you may use, it is just living. It's not dead. It didn't come from a concern, or from a doctor, a doctor, I'm here in Moscow. No, it came alive, and it stayed alive. Alive from Allah, stays alive. It's not taking back. Any word you see in the Sohbhats, any word you read from Sohbhats, it's alive. And it's working. It's still working. Don't say he passed away, and now... No, no. It's alive. 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 aber dass die offenbarung in dem sinne hat gesagt bücher sind abgeschlossen offenbarung ist nicht abgeschossen natürlich müsste er aber aufgehört haben sich zu offenbarer offenbart sich there's a revelation is going on his revelation is on it's finished it's finished closed the shop is closed no no it's not closed it's open and very clear for awliya there is a revelation you can see that is why his word and his actions ulana's actions ulana's stories ulana's words ulana's lessons ulana's so forth is alive anytime you like to see take it gives you something wa min allahu tawfiq allahu tawfiq allahu tawfiq allahu tawfiq o